Also so schön singen wir die Duentjes kann ich aber nicht. Liede, machen wir noch ein. Das kennt ihr besser als ich. U, h, m, 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 a, m, 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 m m, 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 m. Jetzt machen wir mal. Lied hat sich ausgeklemmt. Wie die Tussis heißen. Fried, bist du immer noch verklemmt? Machen wir noch einmal! Machen wir noch einmal! Hey, 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 baby! Who, ah, I want to know if you'll be my girl? Hey, can we see? Hey, 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 baby! Who, ah, I want to know if you'll be my girl? Machen wir noch einmal! 1, 2, 3, 4, und 3. Okay, liebe Freunde, da das Gerät nicht funktioniert, kündige ich euch hier die No Angels an. Begrüßen wir die No Angels! Ja, liebe Freunde, da das Gerät nicht funktioniert. Ja, liebe Freunde, da das Gerät nicht funktioniert. Ja, liebe Freunde! 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 Das ist halt so, entweder man wird Popstar oder man wird in einen Container. Aber man kann auch ohne Container Popstar werden, wenn es hier war, ganz große Klasse. Also, so schön sind sie ja in den Hof wieder nicht. Ihr könnt übrigens gleich hierbleiben. Bleibt mal hier vorne. Bleibt mal gleich hier. Nachtwäscheball 2001. Das war der 15. Nachtwäscheball in Neuhartenberg. Ein kleines Jubiläum. Nicht alle 15 waren in einer Tonhalle. Es gab auch bessere Zeiten. Aber, wie wir jetzt gehört haben aus gut unterrichteten Kreisen, werden wir nächstes Jahr den Nachtwäscheball in Schloss Neuhartenberg durchführen. Das heißt, wo Sparkassenleute sich unterringen lassen, da können wir schon lange aufzählen. Eins ist versprochen. Ihr müsst mal ein Jahr warten, dann sind wir wieder da. Und alles hat ein Ende. Wir möchten uns bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben. Die Tanzgruppen des NCV unter der Rätung von Diana und Yvonne. Bitte alle nach vorne kommen. Chef-Animator Volker. Die Singelgruppe mit Conny, Angelika, Steffi, Nachi, B, A, B, F, Werbe, Hallöbel, Jenny und Ernst. Das Video mit den Möckchen. Die Indianer. Schon wieder Steffi, Hallöbel, Harald, Heidi und Günther. Wenn einer eine Reise tut, Diggi. Und dann hatten wir das Bett. Schon wieder mit Steffi und Hallöbel. Die zehn langen Friseusen. Das waren Conny, der Jenny, Steffi, Hallöbel, Elke, Janett, Heike, Diana, Yvonne, Simone und Pinky. Die Geschichte mit B, B, Poffe, mit Angelika. Der alte Unger und seine Frau, Diana und Ralf. Die Fettys, Schuhe. Heidi, Aralf, B, K, Fred und Volker. Das Männerballen, die New Angels. Mit Jörg, Alt, Reif und Pfeil. Wir bedanken uns bei den Frauen, die die Kostüme gedäht haben. Marian und Elke. Wir danken den Verantwortlichen nach Einsatz ihres Programms. Sie sehen von München und Jana. Wir bedanken den Technikern. Da hat er ihren Chemtechniker, Maik. Und seinen Mannen, Fred, Paul und Axel. Wir danken den Kulissenschiebern, Jacqueline und Jack Steffen. Für die Saarausgestaltung zeichnet sie verantwortlich Heidi und Aralf. Wir danken dem Team von André Pade für die gastronomische Betreuung. Habt ihr auch alle noch zu trinken gekriegt? Und wir beide vom Team Wallermann, die Katrin. Freunde der Werner. Wir verabschieden uns ganz herzlich und danken, dass ihr da wart. Aber! Untertitelung des ZDF für funk, 2017